Auf Elbe und Alster Zukünftig wird die Hamburger Polizei auch mit Jetschies unterwegs sein. Sie sind Teil eines millionenschweren Programms der Hansestadt zur professionellen Terrorabwehr. Die Hamburger Polizei ist künftig auch auf Jetschies unterwegs. Die Wasservahrzeuge seien für die Spezialkräfte vorgesehen und befänden sich bereits in der Hansestadt, sagte ein Polizeisprecher heute. Die Jetschies seien für besondere Einsätze gedacht, etwa um gegen terroristische Angriffe an Elbe oder als Terroristet zu sein. Zuvor hatte die Hamburger Morgenpust berichtet. Nach deren Angaben wurden nun zunächst sechs Jetschies im Wert von 200.000 Euro angeschafft. Sobald es wärmer werde, beginne das Training auf der Elbe. Bereits im vergangenen Mai war bekannt geworden, dass es bei der Innensenator Ende Grote die Sicherheitsbehörden der Hansestadt für die Terrorabwehr professionelle ausstatten will. Investitionen von rund 30 Millionen Euro sehe ein internes Papier für die Erhöhung der inneren Sicherheit vor, berichtete damals die Bild-Zeitung.